Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Fieberthermometer richtig für die Stirn und vor allem auch für das Ohr hier anwenden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hier gibt es übrigens auch noch verschiedene Modelle, doch alle funktionieren relativ ähnlich, weswegen du diese Anleitung auf jeden Fall bei anderen auch verwenden kannst. Ich zeige es jetzt dir aber mal anhand an einem der gängigsten Modelle überhaupt. Als erstes sollten wir schauen, dass unser Fieberthermometer hier auf Grad Celsius eingestellt ist und nicht auf Fahrenheit. Bei mir muss ich hierfür jetzt sechs Sekunden lang auf der Memory-Taste, also auf der Speichertaste, draufbleiben. Wenn es zum Blinken anfängt, können wir hier auf der rechten Seite Fahrenheit sehen. Ich drücke noch einmal, es wechselt auf Grad Celsius und dann circa drei Sekunden warten, bis es so wie bei mir hier ausgeht und schon ist die richtige Einheit auch eingespeichert. Zuerst messen wir mal die Temperatur hier oben bei meiner Stirn. Hierfür ist wichtig, dass der Aufsatz hier vorne auf jeden Fall drauf ist und dann setze ich das Gerät einfach mal bei einer Seite von meiner Stirn an. Mit dem anderen Finger gehe ich hier oben auf den Startknopf, drücke drauf und sobald es jetzt zum Piepsen anfängt, einfach mal hier über meine Stirn schön sauber drüber gehen. Mit dem Finger den Startknopf loslassen, es piepst noch einmal und schon wird uns die richtige Temperatur angezeigt. Bei mir sind es jetzt 36,7 Grad, was perfekt ist und davor hat es es übrigens auch noch in grün angezeigt, also ich habe keine Fieber. Und dieses Kopfzeichen hier oben ist auch noch dafür da, dass man sieht, dass man wirklich diese Stirn-Fieber-Messfunktion jetzt sozusagen eingestellt hat. Als nächstes möchte ich jetzt einmal die Temperatur hier innen drin in meinem Ohr messen. Hierfür ist wichtig, dass dieser Aufsatz hier vorne abgemacht wird. Diesen kann man einfach runterziehen, schaut natürlich auch schon für genau so aus, wie es für das Ohr sein muss. Und jetzt gebe ich einmal das Fieberthermometer hier in mein Ohr schön in den Gehörgang rein, das sollte auch schon passen. Und nun muss ich nur einmal hier oben drauf drücken. Es piepst wieder und schon kann ich nämlich das Thermometer hier rausnehmen und die Temperatur schön ablesen. Hier sind es jetzt 36,6 Grad, so ähnlich wie bei der Stirn auch. Und das Ohrensymbol hier oben zeigt auch nochmal an, dass ich wirklich auch die Funktion für das Ohr hatte. Beim Hausarzt ist es übrigens auch üblich, dass die Temperatur hier über das Ohr gemessen wird. Und für Babys ist das natürlich auch um einiges angenehmer. Und somit haben wir jetzt auch schon die Temperatur von meinem Körper richtig über das Ohr oder auch hier über meine Stirn gemessen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Fieberthermometer für die Stirn oder für das Ohr zulegen möchtest oder auch gleich mehrere solche Ersatzbatterien, damit du daheim nie wieder welche suchen musst, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zum relativ günstigen Preis. Und das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir als eines von diesen Ortesiden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.